Wie ist das Zerstörungswerk der Kartellparteien? Die Kartellparteien zerstören mit ihrer Politik die offenen Grenzen unseren Sozialstaat. Das ist Fakt. Aber das, was mich vielleicht am meisten erschreckt, ist die mangelnde Empathie den eigenen Landsleuten gegenüber. Diese entsetzliche Kälte, wenn sie über ihr eigenes Volk reden, ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht nachempfinden, ich kann das nicht nachfühlen. Wenn ich an mein Land denke, dann wird mir warm ums Herz. Wenn ich an mein Volk denke, dann wird mir warm ums Herz. Applaus Manchmal sagt ein Leserbrief mehr als tausend Worte. Ich will einen kurzen Leserbrief zitieren. Ich habe ihn auch auf meiner Facebook-Seite vor zwei Wochen mal veröffentlicht. Aber mehr kann man zu dieser asozialen Politik der Kartellparteien dem eigenen Volk gegenüber, glaube ich, gar nicht sagen, um als einfach mal ein konkretes Beispiel aus dem Leben anzuführen. Eine ehemalige Krankenschwester, ihr Name ist Evelyn Fontius, schreibt, ich zitiere, Ich habe 38 Jahre als examinierte Krankenschwester in Pflegeberufen gearbeitet und bin davon krank geworden. Ich beziehe nun schon seit einigen Jahren eine volle Erwerbsminderungsrente von knapp 1000 Euro. Können Sie sich vorstellen, welche Gedanken mich beschleichen, wenn ich lese, dass ein knapp 21 Jahre alter Pirat aus Somalia, der mit Granatwerfern und Kalaschnikows auf Menschen geschossen hat, heute in Hamburg mit etwa dem gleichen Beitrag unterstützt wird, wie ich ihn nach einem langen, beschwerlichen Arbeitsleben erhalte, weil ihm Deutschland alle Chancen bieten will. Und ich? Fragezeichen, Zitat Ende. Ich glaube, liebe Freunde, die Diskriminierung des eigenen Volkes durch die regierenden Parteien und deren Politiker ist ein welthistorisch einzigartiger Befund. Ich setze mich ein in der AfD für das Konzept des solidarischen Patriotismus. Solidarischer Patriotismus heißt für mich, eine Gesellschaft gestalten zu wollen, die eine solidarische Leistungsgemeinschaft ist. Ja, ich bin auch leistungsorientiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Menschen mit Anlagen auf diese Erde kommen und dass wir die verdammte Pflicht haben, diese Anlagen zu entwickeln. Und das kann uns kein Staat abnehmen. Das ist unsere Verantwortung, wenn man so will, als gläubiger Mensch vor Gott. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass ein Volk eine Solidargemeinschaft ist. Dass ein Volk gut beraten ist, solidarisch zu leben, den Schwachen, den Alten und Kranken zu helfen, wie das möglich ist, damit das ganze Gefüge intakt bleibt und damit wir an unserer Seele keinen Schaden nehmen. Das ist das Konzept des solidarischen Patriotismus. Das Konzept des solidarischen Patriotismus sagt Ja zu Familien mit Kindern. Die AfD ist die einzig authentische Familienpartei und auch das wird ein Schwerpunktthema der Landtagswahlen 2019 im Osten sein. Es darf in Deutschland nicht geschehen, dass junge Paare Nein zum Kind sagen aus Sorge davor, dass sie die Zukunft materiell nicht gestalten können und nicht frei leben können. Ja zum Kind, das entscheidet, ob wir Deutschen es nochmal kollektiv schaffen, Ja zum Kind zu sagen, entscheidet über unsere Zukunft. Denn leere Räume gibt es auf diesem Planeten Erde nicht. Das ist einfach so. Das ist die entscheidende Zukunftsherausforderung, die demografische Wende zu schaffen. Wie gesagt, am Geld darf das Kinderkriegen in Deutschland nicht scheitern. Wir wollen mehr Kinder in Deutschland und selbstverständlich deutsche Kinder. Und einen solidarischen Patriotismus zu leben, heißt selbstverständlich unseren alten Leuten ein würdiges Alter ermöglichen mit einer auskömmlichen Rente. Armutsrenten in einem noch wohlhabenden Staat für Deutschland sind ein Skandal. Das Geld ist da, das Geld wäre da, eine effiziente Familienpolitik zu betreiben, unseren Rentnern ein auskömmliches Leben im Alter zu ermöglichen. Wenn man nur die Kosten der Einwanderung, die sich nach Berechnung des Deutschen Instituts zur Wirtschaft auf etwa 55 Milliarden Euro im Jahr betragen, auf die eigenen Leute umlegen würde und das würde ich gerne tun. Liebe Freunde, das soll mir jetzt wirklich abschließend nochmal kurz erwähnt, gestattet sein zu erwähnen. Diese Einwanderungskrise, die wir 2015 hatten, das war kein einmaliges Ereignis, sondern diese Einwanderungskrisen werden in immer kürzeren Abständen, in immer größerer Intensität auf Europa zurollen. Das, was wir 2015 erlebt haben, war vielleicht nur ein Rinnensaal gegenüber dem, was wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren erleben werden. Ich habe gerade vor kurzem von einer umfassenden amerikanischen Studie gehört, die Befragung in Schwarzafrika, also im subsaharischen Afrika, angestellt hat. Dort sind zwei Drittel der 1,1 Milliarden Menschen auswanderungswillig. Und ihr Ziel, Ziel heißt Europa, ihr Ziel heißt USA und stellt euch mal vor, nur zehn Prozent dieser 1,1 Milliarden Menschen würde den Weg nach Europa finden. Das wären 110 Millionen, das wäre, ja, final für die deutsche und europäische Kultur. Wir würden tatsächlich dann einen Kultur- und Zivilisationsbruch historischen Ausmaßes, ja, wir würden die kulturelle Kernschmelze erleiden. Und das möchte ich nicht und das müssen wir als AfD verhindern. Liebe Freunde, es gibt, und das muss uns immer bewusst sein, es gibt kein internationales Recht. Und wenn ich höre, es gibt doch die Genfer Konvention und es gibt die europäische Menschenrechtserklärung, ja, das weiß ich, das gibt es alles. Alles das kann man suspendieren mit bestem Gewissen, wenn die Stabilität des eigenen Staates gefährdet ist durch eine nicht mehr kontrollierbare Masseneinwanderung. Es gibt kein internationales Recht, dass das Recht eines souveränen Volkes, das müssen wir allerdings sein wollen, endlich wieder souverän, dass das Recht eines souveränen Volkes brechen könnte, selbst zu entscheiden, wen es ins Land lässt und mit wem es zusammenleben möchte und mit wem eben auch nicht. Und es gibt, liebe Freunde, kein Recht und es gibt keine moralische Verpflichtung zur Selbstaufgabe. Diese moralische Verpflichtung gibt es nicht. Aber es gibt etwas anderes. Es gibt unsere moralische Pflicht, dieses Land seinen Nochwohlstand, seine Nochwohlordnung an unsere Kinder weiterzugeben. Das ist unsere moralische Pflicht. Dafür kämpfen wir und dafür bitte ich euch um beide Stimmen für die AfD am 14. Oktober 2018 hier in Bayern. Dann lasst einen Ruck durch Bayern gehen, lasst einen Ruck durch Deutschland gehen, holen wir uns unser Land zurück. Ich danke euch. Ich danke euch.